Du planst mit deinem eigenen Unternehmen unter dem Dach einer bekannten und erfolgversprechenden Marke durchzustarten? Dir fehlt aber noch dein individueller Plan in die Selbstständigkeit? Jeder Mensch und jede Situation sind verschieden. Planer Küchenland freut sich darauf, deine Geschichte in einem ersten unverbindlichen Gespräch kennenzulernen. Planer Küchenland plant mit dir deine Selbstständigkeit im Detail. Gemeinsam wird dein Standort und bei Bedarf der Weg zur Finanzierung gefunden. Deine Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dir geplant und realisiert. Du selbst und deine Mitarbeiter werden mit umfassenden Schulungen auf den Start deines Unternehmens vorbereitet. Rückenwind verschafft deinem erfolgreichen Geschäft das gute Image und die hohe Markenbekanntheit von Planer Küchenland. Du wirst durch geprüfte Prozesse und wertvolle Services, die das Franchise-Konzept bietet, stark entlastet, damit du dich zu 100% auf deine Mitarbeiter, Kunden und deinen Erfolg konzentrieren kannst. Wenn das dein Weg ist und du Teil einer gelebten Gemeinschaft erfolgreicher Unternehmer werden möchtest, dann klicke für eine persönliche Kontaktaufnahme jetzt hier.